Die Informationen überschlagen sich. Immer mehr Länder möchten nun tatsächlich Kryptowährungen als Legal Tender, also als gesetzliches Zahlungsmittel einführen, welche Länder das sind. Und vor allem, wie das ganze Thema Bitcoin-Bezahlungen über das Lightning Network in Zukunft in den USA aussehen soll, was sich also hier innovativ verändert. Und natürlich auch, warum Tesla nun im Bitcoin-Mining mitmischt, über diese ganzen Themen sprechen wir jetzt. Wenn du dir schon immer Gedanken darüber gemacht hast, wie du Joggen mit Krypto verbinden kannst, dann guck dir gerne das Thema am Ende des Videos an. Und damit ein herzliches Hallo. Ich hoffe, du bist wunderbar an diesen Tag gestartet. Lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar. Das würde mir und dem Kanal extrem helfen. Wir starten ohne Umschweife rein. Du hast es sicherlich mitbekommen. Wir haben in Miami die Bitcoin-Konferenz 2022. Seitdem dieses Event gestartet ist, überschlagen sich die Schlagzeilen permanent. Es gibt immer wieder neue, verrückte und krasse Informationen, die ganz klar aufzeigen, dass es hier eine massive Bitcoin- oder allgemein Krypto-Adoptionswelle gibt. Egal also, wo wir hinblicken, es gibt unendlich viele Informationen und ich habe jetzt einfach einmal drei verschiedene, sehr spannende und vor allem wichtige und wegweisende Informationen zusammengefasst, damit du hier erst einmal up to date bist. Wir fangen erst einmal damit an, dass drei Länder nun angekündigt haben, sich mit dem Thema Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel auseinanderzusetzen. Insgesamt geht es also um Prospera in Honduras. Wir sprechen von Madeira und wir sprechen von Mexiko. Wenn wir uns das Thema rund um Madeira angucken, da geht es letztendlich darum, dass der Präsident Miguel Albuquerque sich auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, ey, es ist unfassbar, was der Bitcoin eigentlich so kann und vor allem hat er eben in dieser Form auch seine Begeisterung ganz klar kommuniziert, nach außen getragen und darüber gesprochen, dass sie als Regierung von Madeira und er als Präsident der Regierung an die Zukunft glaubt und damit eben auch automatisch an den Bitcoin. Leider gibt es hier sonst keine weiteren Informationen, wann oder in welcher Form Madeira nun plant, den Bitcoin zu adoptieren. Da müssen wir uns also noch ein kleines bisschen gedulden, diese Dinge aber öffentlich zu kommunizieren und darüber zu sprechen, wie positiv der Bitcoin eigentlich ist und wie wegweisend er eigentlich ist. Das ist schon mal eine extrem positive Nachricht und zeigt ganz klar, dass neben El Salvador immer mehr Länder sich aktiv mit dem Thema beschäftigen und darüber nachdenken, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Unglaublich bullisch, wie ich finde. Wenn wir weiter gucken, dann geht es direkt mit Mexiko weiter, denn auch Mexiko hat sich zu dem Thema geäußert, denn hier sind direkt zwei Persönlichkeiten aufgetreten, die in gewisser Weise Macht in Mexiko haben. Wir haben hier zum einen die Senatorin Indira Kempis, die sich dazu geäußert hat, denn sie war bereits Ende Februar 2022 in El Salvador und hat eben ihren Plan dort nochmal kommuniziert, Bitcoin als legales Zahlungsmittel in Mexiko einzuführen. Das ist jedenfalls auf der Konferenz in Miami nochmal betont worden. Außerdem gibt es hier ebenfalls den drittreichsten Menschen in Mexiko, Ricardo Silanas. Der 66-Jährige ist ein absoluter Bitcoin-Befürworter, hält ungefähr 60% seines Bitcoin oder allgemein seines Portfolios in Bitcoin-Beständen und Bitcoin-Aktien, ist also extrem positiv gestimmt und hat dann nochmal ganz plakativ rausgehauen in die Crowd, verkauft eure Shitcoins und kauft Bitcoin. Man sieht also auch ganz klar, dass Mexiko sich gerade versucht zu positionieren und eben auch den nächsten Schritt zu gehen, auch extrem positiv aus meiner Sicht und ich bin gespannt, in welcher Geschwindigkeit Mexiko es wirklich hinbekommt, hier also den Schritt Richtung Bitcoin als Legal Tender zu machen. Auch das ist natürlich auch nur die Aussage einer Senatorin und von einem unglaublich reichen Menschen. Auch diese müssen natürlich die anderen Politiker im eigenen Land überzeugen, bevor es wirklich zu einer Massenadoption kommt und bis eben der Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel hier eben eingeführt werden kann. Trotzdem ist es schon mal ein sehr positives Zeichen, sich öffentlich in dieser Form eben zu äußern und darüber zu sprechen, was man gedenkt zu tun. Trotzdem müssen nun aber unbedingt Taten folgen, damit man ihnen das hier definitiv glauben kann. Als letztes Land haben wir, wie gesagt, noch Honduras dabei, beziehungsweise um genauer zu sein, geht es um Prospera. Das ist quasi eine privat verwaltete Siedlung in Honduras, die nun also ebenfalls anfangen möchte, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen. Das Ganze ist eben so organisiert, dass die Gemeinde in Honduras und ein Unternehmen außerhalb der USA Bitcoin-Anleihen ausgeben werden, um das Ganze eben umzusetzen. Und ich bin sehr gespannt, in welcher Hinsicht das nun tatsächlich passiert, denn aktuell ist das tatsächlich der heißeste Kandidat in Sachen Bitcoin-Adoption. Es gibt aber mittlerweile oder bis zum jetzigen Zeitpunkt immer noch keine offizielle Bestätigung der Aussage, dass das wirklich umgesetzt werden soll. Ich hoffe, dass wir hier in dieser Hinsicht auch nochmal eine Bestätigung bekommen werden. Zusammengefasst kann man also sagen, dass wir gerade drei Länder haben, die sich wirklich aktiv mit dem Thema beschäftigen und darüber nachdenken, das Thema voranzubringen. Wir sprechen also von Prospera in Honduras, wir sprechen von Madeira in Portugal und wir sprechen in Mexiko oder über Mexiko. Drei Länder, die letztendlich wegweisend sein können, um also dem Pfad von Alzheimer dort zu folgen, in dem Land, in dem das bereits funktioniert, den Bitcoin als Legal Tender eben umgesetzt zu haben, also als gesetzliches Zahlungsmittel. Ich bin extrem hyped und pumped und hoffe, dass wir hier in den nächsten Monaten nochmal einige Bestätigungen bekommen werden und dann eben auch wegweisende Entscheidungen sehen, die uns dann auf die nächste Ebene bringen. Was denkst du darüber? Glaubst du, diese Länder werden das tatsächlich umsetzen oder nicht? Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Wir springen direkt zum nächsten Thema und zwar hat der gute Blog Trainer ein Video veröffentlicht, dass es bald möglich sein wird, in der gesamten USA mit Bitcoin per Lightning Network bezahlen zu können. Auch das ist natürlich unfassbar groß, denn da geht es letztendlich, wenn wir uns die Webseite von ihm angucken, um den guten Jack Mellers, der ja der CEO von Strike ist. Und Strike hat sich mit verschiedenen großen Unternehmen zusammengetan, um genau zu sein mit zum Beispiel Shopify, aber wohl auch fünf weiteren großen Zahlungsdienstleistern, die in den ganzen USA megawait verbreitet sind. Wir sprechen zum Beispiel von Blackhawk, die aktuell in über 400.000 Läden unterwegs sind, mit über 37.000 Partnern und wir sehen eben auch zum Beispiel eine Partnerschaft mit NCR Corporation. Das ist am Ende des Tages nichts anderes als ein Point-of-Sale-System für Einzelhandel und so weiter. Das heißt also quasi die Geräte, wo ihr dann am Ende die Karte ranhaltet oder diese reinsteckt, das ist etwas oder das Unternehmen, das quasi in den USA zum Beispiel mit über oder beziehungsweise bei McDonald's oder eben auch bei Walmart diese Geräte an den Mann bringt. Und hier sehen wir ganz klar eine massive Adaptionswelle. Wenn Jack Mellors es hinbekommt mit Strike tatsächlich, dieses Thema so umzusetzen, wie er sich das vorstellt, dann wäre das natürlich extrem weitreichend und würde unglaublich viel verändern. Dann würde man sich nicht mehr die Frage stellen, ja bezahle ich jetzt einen Dollar oder bezahle ich einen Dollar, sondern ich könnte einfach mit meinen Bitcoin-Beständen, mit meinen Satoshi dann einfach aktiv werden und Zahlungen ausführen und diese eben kostengünstig, effizient und schnell eben gestalten und das eben überall in den ganzen USA. Sicherlich brauchen wir hier natürlich auch erstmal einen Piloten, wir brauchen Erfahrungsberichte und die Umsetzung muss natürlich auch vorangetrieben werden und erst wenn das passiert, dann können wir wirklich sagen und einen Stempel draufdrücken, ja, das hat funktioniert und das hat uns auf dieser Ebene nochmal komplett nach vorne gebracht, dass Jack Mellors mit Strike eben daran glaubt, dass es total sinnvoll sei, den Bitcoin als Legal Tender in Zukunft überall einzuführen, beziehungsweise allgemein erstmal verfügbar zu machen als Zahlungsmittel in verschiedenen Läden und Ländern. Das ist eindeutig und ich bin sehr gespannt, wie die Mission genau aussehen wird und vor allem in welche Richtung das Ganze gehen wird. Ich bin hyped und glaube daran, dass der gute CEO von Strike es hinbekommen wird, uns hier auf die nächste Ebene zu katapultieren. Und wer glaubt, dass das beides die interessantesten Neuigkeiten waren, der täuscht sich, denn es gibt mittlerweile auch ein Announcement, dass sich drei Unternehmen nun zusammentun. Wir sprechen von Blockstream, wir sprechen von Block Inc. und wir sprechen von Tesla. Diese drei Unternehmen tun sich zusammen, um eine Bitcoin-Mining-Facility aufzubauen. Das ist unglaublich. Wir haben bereits in der Vergangenheit ja mitbekommen, dass Tesla tatsächlich die Möglichkeit geboten hat, dass man mit Bitcoin-Beständen sich ein Auto kaufen kann, dass Tesla allgemein Bitcoin-Bestände hält. Dadurch ist der Markt komplett crazy gewesen und erstmal nach oben geschossen. Nun gibt es die nächste Ankündigung, dass sich also Tesla mit dem Thema Bitcoin-Mining beschäftigt, denn sie benutzen nichts anderes als die Solaranlagen von Tesla, die bereits auf zum Beispiel den Megaparks und so weiter installiert worden sind. Und so möchte man dann insgesamt von diesen 3,8 Megawatt insgesamt 30 Pentahash als Hashrate hier quasi bereitstellen als erneuerbare Energien, um also am Bitcoin-Mining teilzunehmen. Das ist unfassbar und hat natürlich den großen Vorteil, dass wir hier von 100% erneuerbarer Energie sprechen, die also im Bitcoin-Mining dann eben mit Platz hat. Ich bin super gespannt, ob das Ganze umgesetzt wird, wie das Ganze dann genau aussieht und wie vor allem auch die Ergebnisse sind. Das sind vor allem die wichtigen Kennzahlen, die wir dann brauchen, um wirklich zu bewerten, ob das funktioniert. Und dann ist es natürlich auch denkbar, dass andere Unternehmen auf diesen Zug aufspringen. Ich bin super hyped. Diese drei Neuigkeiten sind unfassbar. Drei neue Länder, die sich mit dem Thema Legal Tender Bitcoin beschäftigen. Außerdem ein Unternehmen, das sich mit vielen verschiedenen Zahlungsdienstleistern zusammengetan hat, um das Thema Bitcoin-Bezahlung in den USA voranzubringen und das quasi in Zukunft theoretisch überall möglich zu machen. Und zwei Unternehmen, die sich mit Tesla zusammengetan haben, um nun also eine Bitcoin-Mining-Facility aufzubauen und das mit erneuerbarer Energie und zwar 100% erneuerbarer Energie. Das sind unfassbar große Neuigkeiten, die in der Vergangenheit auf mehrere Monate aufgeteilt worden wären. Mit der Bitcoin-Miami-2022-Konferenz sieht es aber komplett anders aus und wir bekommen hier wirklich den maximalen Input innerhalb kürzester Zeit. Ich bin absolut hyped, mega pumped und ich freue mich schon auf die nächsten Tage der Konferenz und werde euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten, sollte es hier noch weitere spannende Informationen geben. Was war für dich persönlich das Verrückteste von diesen drei Neuigkeiten? Schreib es doch gerne unten in die Kommentare. Kommen wir ganz kurz zu einer neuen Web-App, die nun gelauncht wird und zwar geht es um Step-App. Das Ganze ist relativ einfach und simpel erklärt. Run, Earn, Run. Man möchte also quasi das Thema Sport bzw. Joggen und eben Krypto miteinander verbinden. Es gibt bereits andere Apps, die ähnliche Dinge hier miteinander verbunden haben. Wenn ich zum Beispiel an Sweatcoin denke, wo du quasi aufgrund deiner Bewegung Coins verdienen kannst, die du dann letztendlich eintauschen kannst gegen Wertgegenstände usw. Und hier ist es ebenfalls so, dass man genau das miteinander verbinden möchte. Wenn du Sport machst, also wenn du vor allem Joggen gehst, dann kannst du dir in Zukunft Income aufbauen, also Coins verdienen. Du hast natürlich auf der anderen Seite diese soziale Verbindung, wenn du das mit anderen Menschen tust und du kannst dich eben auch battlen mit anderen. Das ist so die Idee. Man möchte eben hier wirklich vorangehen und Dinge miteinander kombinieren. Fitness und Krypto, ja, ein Step at a time. Also wir sehen hier auf jeden Fall, dass hier mittlerweile 61.482 Personen präregistriert sind, also die sich quasi vorab schon mal registriert haben. Das kannst du auch gerne tun. Die App sieht dann wie folgt aus. Du kannst dann eben durch Joggen ganz normal eben deine Coins dir organisieren. Du kannst diese dann zum Beispiel in Staking anlegen. Du kannst dir dann aber eben auch die Staking nehmen oder beziehungsweise die Bestände nehmen und diese dann eben in verschiedene Assets eben investieren. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze dann wirklich aussehen wird, denn die Roadmap sieht erst einmal vor, dass wir in Q2 hier einen Beta-Launch sehen, in Q3 dann aber erst den Mainnet-Launch und erst den NFT-Market-Launch. Wir sehen also wirklich noch eine Menge Zeit, die hier ins Land gehen kann, bevor wir hier wirklich ein fertiges Produkt sehen. Trotzdem finde ich die Idee ziemlich interessant und spannend und deswegen werde ich mich selber auch mal präregistrieren oder allgemein registrieren, um zu gucken, was dann tatsächlich dahinter steckt. Dann kann ich quasi Joggen mit Krypto verbinden. Die Idee finde ich ziemlich interessant und ich bin gespannt, ob das in dieser Form auch wirklich funktioniert. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um auch die nächsten Videos nicht zu verpassen.